Hallo, wir sind heute hier in der Spielbahnmesse. Neben mir steht die Frau Beck. Die ist von der Firma Babyborn hier, für uns von Zapf Kreation. Und Sie würden uns jetzt einiges erklären, was Neues und für was Sie zuständig ist. Hallo, ich fange mal an mit dem, wofür ich zuständig bin. Ich bin für die Produktentwicklung und für das Produktmanagement hier bei Zapf Kreation zuständig. Und von daher kenne ich natürlich die Neuheiten aus der Perfektion. Und eine unserer größten Neuheiten, die haben wir jetzt gleich hier im Hintergrund, das ist unser Babyborn Bär. Der Babyborn Bär ist der neue, beste Freund von Babyborn. Und wir haben ihn so entwickelt, dass er alles tragen kann, was Babyborn trägt, alle Accessoires nutzen kann. Und von daher ist es für uns nicht einfach nur eine Neuheit, sondern wir wollen ihn wirklich als festen Bestandteil unserer Range in der Zukunft entwickeln. Ah, das ist sehr schön. Das heißt, alles, was ich für Babyborn habe und gekauft habe, besorgt habe, kann der Bär praktisch mittragen und den Partnerlook sozusagen mit starten. Sie haben sich auch schon eingekleidet in einer ganz schicken Bärentasche. Ja, es ist allerdings nicht zum Kaufen, sondern es ist nur für Promotion. Also sehr schön, wir sehen schon, der Bär kommt heute ganz groß. Und jetzt gehen wir noch weiter. Wir haben noch ganz interessante neue Sachen, die uns Frau Beck vorstellt. Auch hier neu bei Zapfkreation sagt uns Frau Beck hier gleich und zeigt uns, was wir hier tolles Neues sehen. Genau, das sind unsere Babyborn Minis. Eine neue Idee im Programm von Babyborn, aber trotzdem ganz was Selbstständiges. Wir haben ganz kleine Spielpuppen. Das Besondere an den Minis ist, ich kann sie überall mit hinnehmen. Das Schöne, ich kann überall spielen. Ich spiele das nach, was ich in meinem Leben so verarbeiten möchte, erleben möchte, was mir Spaß macht. Und ich ziehe die aus der Tasche und kann überall spielen. Wir haben diese kleinen Puppen, sechs Babys, sechs Mädchen und Jungs und dazu noch Spielsets und alles in einem Miniaturformat. Und aber auch sehr stark angelehnt an unsere Babyborn-Range. Also wir sehen zum Beispiel, der Scooter ist der gleiche, den wir dann auch für die Babyborn haben. Oder dieses Mobiliar ist das gleiche, was wir von Babyborn kennen. Das heißt, alles, was ich in groß für daheim zum Spielen habe, kann ich für unterwegs mitnehmen. Natürlich super vom Pferd übers Auto, über den Roller, alles mit dabei. Sozusagen ich kann alles mitnehmen und jederzeit auspacken. Wir sind nicht mehr limitiert auf das Kinderzimmer. Wir können jetzt in die ganze Welt raus mit Babyborn. Wir haben schon gehört, was es hier Neues alles gab. Wir freuen uns sehr und schauen weiter, was noch Interessantes hier auf der Spielwarenmesse gibt.